Ich hatte Hühner und dadurch meine Schwester und ich auch. Und dann haben wir so ein bisschen an Jugendschau teilgenommen und Preise abgesandt anscheinend. Wenn es ein Interview gibt, bekommt er jetzt Stress? Ne, aber ich hatte es wirklich niemals für Möglichkeiten, dass er es wirklich macht. Das war eine Überraschung offenbar. Ja, das war es auf jeden Fall. Es gibt die Gefahr, dass man bei dem ganzen Profikram im Fußball den Spaß daran verliert. Wie haben Sie das gemeint und wie behalten Sie den Spaß? Ja, ich glaube, es ist in allen Bereichen so. Wenn man den Spaß daran verliert, dann ist es immer mühsam, in welchem Bereich auch immer tätig zu werden oder den Job beizubehalten. Von daher finde ich es persönlich für mich immer ganz wichtig, den Spaß an erster Stelle zu stellen. Und klar, Arbeit gehört auch dazu. Mir macht es aber Spaß auch an mich zu arbeiten.